Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video und zwar geht es heute um Polygon Matic. Auch ein Coin, der sehr sehr oft in den Kommentaren gewünscht wurde und wenn ihr euch auch irgendeinen Altcoin wünscht, den wir mal analysieren sollen, dann schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten bevor wir starten, gerne den Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, Like da lassen und gerne in die Telegram Talk und Signal Gruppe reinkommen. Auch da bin ich dann täglich aktiv, wenn ihr irgendwelche Altcoin Wünsche oder sonstiges möchtet und damit genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir bei Matic bei ungefähr 0,78 US-Dollar. Wir haben einen ordentlichen Pump gesehen, hatte damit zu tun, wir haben hier einen schönen doppelten Boden gebildet, hatten nochmal ein minimales Lower Law und dadurch auch eine 4 Stunden Bullish Divergenz ausgebildet. Momentan kämpfen wir jetzt hier eben mit diesem 0,78, 70 Bereich, hat aber auch hier einen signifikanten Widerstand. Denn ihr seht hier, diese Hochs, die wir hier gebildet haben, wurden immer wieder hier nochmal rejected, wir hatten zwar einen Wig drüber, heißt aber natürlich, wenn wir einfach nur einen Wig drüber haben, wird hier einfach die Liquidität, die da drüber liegt, einfach kurz abgezogen, Short Liquidität reingepumpt und dann geht es nochmal nach unten. Und jetzt seht ihr gerade, wie wir hier im 4 Stunden Chart damit kämpfen, wichtig wäre es wirklich ein 4 Stunden Close über diesen gelben Strich hier zu haben. Kommen wir da rüber, haben wir sehr, sehr gute Chancen, dass zumindest ein Pump in Richtung 0,81, 30 ungefähr geht. Hier oben haben wir dann die nächsten Widerstände, bevor wir dann hier vor dieser großen Ineffizienz stehen. Ansonsten schauen wir aber mal ganz kurz auf die kleineren Timeframes, denn auf den 1 Stunden Chart nehmen dazu unseren Traders Reality Indikator und schauen mal, wo haben wir momentan irgendwelche Vektoren, die für uns interessant werden könnten. Und da haben wir nämlich einen riesigen, hier unten bei ungefähr 0,75 US-Dollar. So, den sollten wir meines Erachtens noch füllen, der da unten wurde geschlossen, hier sieht man es einmal davor und einmal danach, mit einer schönen Kerze, also das können wir erstmal außer Acht lassen. Aber hier unten mittendrin in dieser Psy-Range, die wir hier gebildet haben, befindet sich noch ein großer Vektor. Wenn wir jetzt eben nach dieser Vektor-Candle-Theorie gehen, kriegen wir drei Pushs in der Woche. So, den ersten hätten wir jetzt, sollten wir jetzt hier einen 4-Stunden-Close über dieser 0,78 eben bekommen, wo wir gerade darüber gesprochen haben, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir eben diesen zweiten Push, zumindest hier in diesem Bereich, wo wir noch eine Ineffizienz bei ungefähr 0,80 haben, da nochmal einen Push reinkriegen, dann nochmal eine Korrektur in diesem Bereich, wo wir jetzt eben gerade Widerstand haben, also somit als Support bilden und dann Ende der Woche in Richtung 0,81,5 bis ungefähr 0,82 US-Dollar vorstoßen. Hier oben liegt das Last Week High, also würde es schon ganz gut tun, wenn wir dann hier oben so einen Doppeltop reinkriegen und dann gegen Ende der Woche zumindest wieder in Richtung Vektor bei ungefähr 0,75 US-Dollar-Cent landen. Würde natürlich auch ganz gut passen, ich glaube am 4. Januar kommen die FOMC, mindestens, das heißt, da können wir wieder mit ein bisschen Gegenwehr rechnen, also würde es sehr, sehr gut auch zu Matic passen, dass die Altcoins wieder deutlich nachlassen und natürlich auch Bitcoin. Aber das ist so momentan das Szenario, was ich mir bei Matic sehr, sehr gut vorstellen kann, aber wie gesagt, diesen Vektor hier unten, den sollten wir einfach nicht aus dem Blickfeld, sage ich mal, lassen. Es sieht zwar momentan gut aus, wichtig ist aber jetzt erstmal 4 Stunden Close, kriegen wir keinen 4 Stunden Close darüber und werden hier jetzt wieder deutlich rejected, wird das Ganze wahrscheinlich eher nicht so passieren, wie wir es eingezeichnet haben, sondern wir gehen erst einmal nach unten, versuchen hier wahrscheinlich diesen Vektor bei 0,75 zu treffen, plus natürlich auch diese 1-Stunden-Demand-Zone, die hier unten liegt und versuchen es dann nochmal mit neuer und frischer Liquidität nach oben hin zu steigen. Wir schauen mal ganz kurz noch, wo unsere ganzen FIP-Levels liegen, da sehen wir, okay, Matic ist Golden Pocket bei 0,76,50 ungefähr. Wenn wir jetzt hier einen Trade wagen würden, so direkt am Golden Pocket mit einem Stop-Loss unter die 1-Stunden-Demand, wären wir so bei 1% Risk, ist sogar ein humanes Risk, meines Erachtens nach. Aber trotzdem erstmal noch ein bisschen Vorsicht, wir warten jetzt erstmal, ich würde hier keine Limit-Orders reinsetzen. Guckt euch das erstmal an, wie jetzt hier diese 4-Stunden-Close, sage ich mal, stattfindet. Momentan, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde bis zum 1-Stunden-Close, 4-Stunden-Close wäre dann, warte, ganz kurz, in 1,5 Stunden. Guckt euch das an, sollten wir hier wieder nur ein Wig über das Hoch bekommen, dann ist es eher negativ, dann gehe ich eher hier von einer Short-Order aus. Ansonsten, wenn wir hier einen Wig drüber kriegen, möchte ich einen Impuls sehen, zumindest hier in dem Bereich der 0,80, weil wir eben hier oben die Ineffizienz haben, die zeichne ich euch auch nochmal ganz kurz hier ein. Das ist dieser Bereich, werden wir hier rejected, ist es für mich dann der nächste Step, hier unten eine Long-Position zu eröffnen und dann zumindest den Bereich bis 0,81,50 mitzunehmen. Wie sieht jetzt aber auch das Große und Ganze aus? Nicht nur die kleinen Timeframes, sondern auch das große Bild. Da machen wir mal wieder alles ganz clean hier vom Chart her und da sehen wir, okay, wir haben unten noch eine Menge Liquidität liegen. Wir hatten zwar einen enormen Pump gesehen, wir hatten bei Polygon bzw. Matic eine enorme Rallye gesehen nach den ganzen Partnerschaften mit Disney. Es war Möglichkeit, dass mit YouTube irgendwie da was stattfindet, was glaube ich bis heute noch nicht wirklich bestätigt wurde. Möchte ich jetzt aber nichts Falsches sagen. Ja, daraufhin hatten wir eine riesige Rallye, die bis ungefähr 1,32 ging. Von 0,31 US-Dollar-Cent ausging bis 1,31 oder 1,32 waren schon eine Menge X. So, daraufhin hat die Korrektur eingesetzt, wir haben eine Menge Level dann nach unten hin wieder gefüllt. Trotzdem. Und jetzt kommt dieses große Aber. Wir sind noch nicht in dieses Golden Pocket hier unten reingekommen bei den 0,70. Wir haben hier noch einen Wig zu füllen, der ordentlich Volumen hier bietet, auch hier diese Lows. Also ich bin noch nicht wirklich ganz davon überzeugt, dass wir hier bei Matic das Low gesehen haben. Warum? Wir befinden uns weiterhin in der Korrektur. Ihr seht auch, wenn wir uns nochmal die kleineren Timeframes hier angucken, wir bilden tiefere Hochs. Und das ist ganz klar Downside-gerichtet. Und solange wir hier kein höheres Hoch bilden, und da rede ich von einem Daily Close von mindestens 82, besser wäre sogar ein Daily Close über 95, so lange ist der Downtrend noch nicht beendet. Wichtig, erster Step auf den großen Timeframes 0,83. Kommen wir hier drüber, bilden nochmal ein Higher Low. Dann könnten wir einen kleinen Ab drin bilden, und dann können wir auch davon ausgehen, okay, das Low ist drin. Ansonsten werden wir hier wirklich wieder rejected Ende der Woche, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Über diese 0,81,50, was nach Vector Candle-Theorie wirklich sehr, sehr gut passen würde. Und werden dann zurückgewiesen. Dann bin ich eher auf der bearishen Seite, und wir werden hier auf jeden Fall nochmal den Bereich um 0,70 US-Dollar sehen, wenn nicht sogar tiefer, denn wir haben auch hier eine riesige Vector Candle, beziehungsweise zwei Vector Candles plus ein riesiges Void, was hier auch noch entstanden ist, welches noch gefüllt werden möchte. Also wie sind jetzt die Aussichten für Matic? Kommt auf die Level an, brechen wir die 0,82, 0,83 auf Daily Blase, sieht es gut aus. Werden wir hier wieder rejected, mindestens, sag ich mal, in dieser Woche oder gegen Ende der Woche, dann ist es für mich bearish. Dann sehen wir auf jeden Fall nochmal den Bereich von 0,70, wenn nicht sogar, wie gesagt, die 0,56. Gut, das war es von mir. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche anderen Altkommenschen habt, schreibt sie unten jetzt gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten, wie gesagt, gerne in die Telegram-Gruppe kommen, Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns morgen wieder zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto!